Was? Wer schimpft da? Doch, ich komme. Oh, nimm sie zuerst. Nein, ich nehm sie zuerst. Ja, ich will sie ja retten, aber... Ah, sie sagen nein, meinen aber ja, ich kenne das. Die können doch nicht im Dunkeln rammeln. Wo? Ah, da. Oh Gott, ich komme zu spät. Er steckt schon drin. Sorry, aber das muss es sein. Oh Gott, bin ich zu spät gekommen? Oh, Mann, das war aber jetzt nicht so geplant. Oh Gott. Stepp. Wieso sind die so im Dunkeln unterwegs? Gibt's doch nicht. Wo ist er? Da ist er. Oh Gott. Ah, ist ich ausgegangen. Das Rindvieh hat mich nicht gesehen. Aber sie konnte ich nicht retten. Ah. Bin zu spät. Das ist doof. Jetzt kann ich Licht machen, glaube ich. Ach Gott. Das ist unbefriedigend. Oh. Ich bin schritte. Oh Gott. Ich bin eben genau vor die... Vor die Flinte. Oh, jetzt kommt die Verstärkung. Ja, muss auch mal sein. So, bin ich immer nur geschlichen. Jetzt will ich mal schießen. Das ist blöd, weil das ganze Lager jetzt wahrscheinlich weiß, dass ich komme. War vielleicht nicht sehr schlau. Oder? War das schlau? Ich werde den mal ausschalten. Er hat keine Helmlampe. Sollte nicht so schwer sein. Sind da noch mehr, ist die Frage. Oh. Wer? Oh, da ist ein... Mann am Geschütz. Aber ich habe eine nette Optik. Ist er hin? Kopfschuss spart Munition. Ich hoffe, ich finde wieder Munition. Meine Ausgaben... zu amortisieren. Ah. Noch mehr Leute, die ich retten kann. Wer sagt das? Wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Alle tot? Ja. Wer hat denn den gekillt? Du nicht? Bin ja schon dabei. Obwohl, ich kenne dich nicht. Ich dachte... Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Vor allem die Frauen, ha? Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Ach so, das musste ich machen. Sonst wäre ich gar nicht weitergekommen. Wenn du ihnen folgst, dann pass im Techniktunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Eine Falle? Was du nicht sagst. Es kam jetzt überraschend. Dass es Fallen gibt. Wo ist er? Ach so, jetzt... Jetzt kann ich vorbei. Du kannst aufhören. Ich ruhe mich hier erst mal aus. Ja, ruhe dich aus. Da noch was? Nicht. Muss ich wieder Weichen stellen? Oh Gott, wo habe ich denn geparkt? Da drüben. Tja, das ist schiefgegangen. Tut mir leid. Ui, mein Fahrzeug hat auch schon bessere Zeiten erlebt. War noch was? Ich habe bestimmt einige Sachen vergessen. Brauche ich denn einen Checkpoint, bitte? Oh, eine Maske. Was ist denn das da fahren gewesen? Hast du das gesehen? Oh Gott, ich bin... Schlecht. Gleich stehen geblieben. Nee. Brauche ich gar nicht. Wieso? Meine hat er doch einen Entsprung. Ja, gut. Dann setzen wir auf. Nee, hat keinen Entsprung. Doch, hat einen Entsprung. Schau. Bleib lieber stehen hier. Ich schau mal nach. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, lass uns nicht wissen. Was hat er gesagt? Wo schaut er nach? Ich sehe nichts. Oh, ich glaube da ist niemand. Da ist er. Oh, scheiße. Wer kommt da rein, ha? Was zum Teufel? In ein Scheißhaus. Leute, wir haben hier Gesellschaft. Nee, nee. Der Typ glaubt wohl, mit der Karre ist er hier der Held. Bei Sichtkontakt abknallen. Oh, scheiße. Schlechter Zug. Hä? Puh. Nee, nee. Was machen wir denn jetzt? Schießen. Ist das leicht? Wo kommen denn die alle raus? Da? Ja, Holzauge. Bleib wachsam. Nee. Die Luft ist hier, äh, rein? Er will nicht. Dann komme ich eben. Genau. Geben wir uns gegenseitig Deko. Oh, sind die doof. Sind die doof. Niemand hier, der Scheiß. Was jetzt? Gehen? Oh, da ist noch jemand. Oh, da ist noch jemand. Kann ich das schlicht, das Bröder nicht ausschalten? Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Oh, schau, es schießt nicht durch das Gitter. Munition macht sich bezahlt, ha? Ich halte ganz schön viel aus. Muss ich sagen. Scheiße. Er hat einen Verlust. Nein. Nein. Oh. Massenmord. War nicht schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle hätte erledigen können im Schleichen. Frag ich. Wie macht man das blaue Licht aus? Den hole ich mir noch, weil der geht mir am Nerv. Der hat ja gar nichts. Ja, schon da. Oh, da ist er. So, ich glaube, das war der letzte. Jetzt kann ich looten. Wenn es was gäbe zu looten, ich sehe nichts. Ist auch nichts drin? Hm. Das war Fehlanzeige. Und da kann ich vielleicht durchbrechen. Gut möglich. Versuch's mal. Scheißhaus. Haben sie auch nichts versteckt. Da drüben gab's noch was. Repair yourself. Da vielleicht, ha? Ja. Jawohl, sehr gut. Da war einiges an Munition. Gesundheit brauche ich erstaunlicherweise keine. So, ich versuche hier durchzubrechen. Es funktioniert, es ist keine Holzwand. Wieso hatte ich das nur mit Holzbarrikaden zu tun? Und ich fahre Höchstgeschwindigkeit. Oh! Ähm, scheiße. Das ist in die Hose gegangen. Meine Maske ist kaputt gegangen. Das auch noch. Brauche ich überhaupt eine Maske? Mann, die hätte ich die ganze Zeit nicht gebraucht. Rentvieh. Wie geht denn der Scheiß auf hier? Ich habe keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Wie das aufgeht. So einen Schalter drücken, oder was? Da ist aber kein Schalter. Wo zeigt es denn hin? Ja, die Richtung. Arsch! Ja, ja, scheiße auf das Licht. Das sagt, ich soll ein bisschen schräg rüber. Da rüber. Okay. Und war ich vorhin richtig? Am Ende? Das war ich am Ende richtig. Das war ich am Ende richtig. Mein Fehler. Aber hoffentlich kriege ich jetzt einen Checkpoint. Bitte, er gibt mir einen Checkpoint. Stopp. Hier fehlt der Bremse ich immer. Und die Maske tausche ich auch gleich aus. Wie eine neue. Das hat aber nicht gespeichert. thì task. Was ist los? Du mach dich. Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzen durchlassen, kriegt er unser Marsch. Oh ne Scheiße. Ach Gott. Praktisch. Hat mich vorgewarnt. Keine Karre. Miststück. Du warst schon K.O. Das kannst du gar nicht mehr gesagt haben. Fuchtel nicht so mit deiner Lampe. Scheiße, er fuchtelt. Oh Gott. War das laut? War doch gar nicht laut, oder? Ich schau mal. Ah, hier kann ich wieder. Wo muss ich jetzt lang? Gerade aus. Ich würde aber gerne hier auch nochmal reinschauen. Darf ich? Okay, ich schau da mal. Aber beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020